Das dynamische Team der Praxis für Logopädie Dialogo aus Leipzig bietet Ihnen eine kompetente Betreuung aller Störungsbilder der Spracheikunde. Wir kombinieren individuelle Therapieansätze mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und behandeln Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen. Dabei betreuen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus gesetzlichen sowie privaten Krankenkassen. Unsere Therapien finden in Kindergärten, Altenpflegeheimen bei Ihnen zu Hause oder in unserer Praxis statt. Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.